Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja? Dann hätte ich noch etwas... Nein, nein. So, Rücken. Entschuldigung für ein paar Jahre. Bringst du das Auto in den Service? Ja. Das ist einer der Bungalows. Und da hat es noch einen Platz, wo man dort essen. Ja, das ist ein ganz weisses Sandstrand. Es hat Palmen. Es hat auch ganz einsame Buchten. Und sie sehen auch ganz schöne Bungalows. Gut, heute Abend. Klar, machen wir. Grüezi. Grüezi auch. Ich habe vorher telefoniert. Ja, genau. Ich habe das hier gerade parat gemacht. Noch vielmals. Danke. Vielen Dank. Kann ich mich schnell stören? Herr Sonderegger, Sie haben sich beim Reservationsdatum um einen Tag vertippt. Ich hoffe, Sie können das ändern. Ich rufe zurück an, oder? Okay. Übrigens, das ist schon das zweite Mal diese Woche. Ja, ich auch. Haben wir Besuche bekommen? Ich finde das noch etwas dick. Das ist doch nicht. Ich mache ich mal Sharpen. Ich nehme es aus. Ich nehme an. Ich nehme ein bisschen. Untertitelung. BR 2018